Hallo! Das ist der Klopfer. Was? Und hier ist ein Pfeil, der... Oh, ich habe ein Pfeil. Was? Was? Hier ist ein Pfeil. Oh, nicht schlagen. Pfeil. Hinter dir. Mein Pfeil. Mein Pfeil. Mein Pfeil. Mein Pfeil. Mein Pfeil. Mein Pfeil. Oh, wir machen das hier. Ja und herzlich willkommen zu einer Folge für meine Kraft überleben mit... Wie heißt du? Ja, danke. Hier ist Joker und hier ist Töpfer. Hallo, hallo, hallo. Er ist neben mir. Ich bin behindert. Er guckt auf den Boden. Er hat seine Hände vorgewaltigt. Oh, Blumen. Guck, das ist seine Stadt. Ja. Willst du bei mir wohnen? Kaum in meinem Kille. Äh... Okay. Komm. Komm in mein Kille. Komm. Ich vertraue dir. Ja, ja, ja. Keller. Ja, ja, ja. Ich kann nicht jetzt ficken. Ja, ja. Jetzt ficken sie. Komm, komm, komm. Nee. Stell dich auf dich. Komm. Ich bin nicht müde. Geh auf den Bett. Was ist da? Das ist die Toilette. Okay, dann gehe ich nicht lieber hin. Tschüss. Ich sehe den nächsten Du. Tschüss. Hui. Tschüss. Wirst du durch die Toilette gesprungen? Geht ein Geheimgang. Geheimgang. Ja, komm. Geht anhören. Ich hab die Höhle. Oh. Ins Klo springen. Haha. Und die Gork? Ähm. Noah. Ich spring die Toilette. Ich spring die Toilette. Ein Müsse. Was? 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 Backman. 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 Oh. 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 Komm schon. Komm. Ich hab's. Ich hab's. Aua. Fuck. Das ist scheiß Vieh. Bleib doch stehen. Ich hab's. Ich hab's. Aua. Ah. Sie sagt doch, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Das ist mein Haus. Mein Keller. Kommen wir einfach rum. Mein Zuhause. Mein Zuhause. Ja. Das ist schön. Komm mit. Ich zeig dir die Zuhause. Komm. Mein Zuhause auch. Mein Zuhause auch. Mein. Bestimmt, vielleicht ist jemand anderes im Gehirn, aber okay. Naja. Gar nichts. Bleib noch ein bisschen da unten. Bleib da. Bleib da. Stopp. Stopp. Das ist lustig. Aber. Sorry. Ich musste atmen. Ja. Okay. Kein zu. 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 Scheiße. Brauchst du ein bisschen Equipment? Ja. Ich bin nackt. Okay. Guck mir die Piste. Ich bin ein Slime ohne Sachen. Oh. Ja Mann. Ja. Du musst das noch ein bisschen essen. Ich kann das noch nicht ein gucken, weil da nichts passiert. Ich muss warten. Weil du auch bist benutzt. Ich bin ein Slime. Mit Kopfhörer. Du bekommst mal eins besser. Ich mag mein Skin. Nein. Nein. Oh. Okay. Du bekommst mal ein bisschen besser. Okay. Jetzt ist dazu ein. Oh la la. Ist ja schön. Wozu brauche ich? Oh egal. Ties an. Gib zu. Du hast es einfach auf Creative gemacht. Nein. Hä? Hä? Was? Nein. Ties an. Ja ich muss alles holen. Wir gucken uns jetzt mal aus der Perspektive. Scheiß Bus. Musst du laut sein? Bleib noch ein bisschen so stehen. Kein Sorge Kasper. Keine Sorge. Keine Sorge. Ähm. Bleib noch so schön. Okay. Nein. Ja. Was? Nein. 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 Was? Kleine. Was? Wo bist du? Nein. Bleib bei mir. Nein. Keine Sorge. Ich bin gleich da. Ich. Hallo. Nein. Komm ich helfe dir. Stell dich mal genau auf dieses braune Ding. Was? Ja. Oh. Ähm. Stell dich auf das braune Ding. Braune Ding? Auf das braune Ding hab ich gesagt. Auf das. Ähm. Das Holz. Ja genau. Oh. Was machst du da? Ich bin gleich da. Keine Sorge. Oh. Ähm. Ich hab's geschafft. Keine Sorge. Ähm. 9 f Porque. 2 lange. 12 Minuten später. 1 Sekunde, ich hab's gleich. Keine Sorgen. Soll ich jetzt mal hoch zoom? Nein, 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 nein. Nein. Doch, 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 doch. Geh, nein. Du gehst, dai. Du spuckst dich runter. Geh auf den Posten. Geh auf deinen Posten. Ich geh auf deinen Posten. Mortimer, schau. Jetzt geh auf deinen Posten. Mach einfach. Rrrgих. Fünf ganz langweilige Minuten später. Ja, genau. Bis mal oben. Ja, ja, keine Sorge gleich. Ich fliege dich schon wieder runter. Nein, diesmal nicht. Gar nichts. Golden Apfel. Scheiße, jetzt habe ich den Ambos vergessen. Aha! Ähm, ähm, ähm. Nichts passiert. Du wolltest einen Ambos auf mich schmeißen. Nein. Gar nichts. Lass mich, lass mich, lass mich. Äh, äh, äh. Lass mich. Okay, jetzt, jetzt kannst du gleich losgehen. Keine Sorge. Du wirst nicht sterben. Du wirst nur leichte Verletzungen davon tragen. Bestimmt. Du, dass ich den goldenen Apfel geholt habe. Wenn du auf mich schmeißt, mach ich einfach so. Esste den goldenen Apfel? Hab ich ja. Okay, gut. Ess lieber jetzt noch einen. Okay, warte. Bist du rei? Ja. Huiiii. So langsam. Bin ich traurig. Oh ja, sag mal. Nein. Mein Tor. Das ist aus Klopfer geblieben. Nein. Doch. Hier liegen alle deine Sachen. Ich kann sie einfach klauen. Ach, dein lieber den traumhaften Turm von wo ich gerade runtergejumpt bin und gestorben. Ich will auch. Will auch, ja. Ich warte auf dich. Ich warte. Du musst mich jetzt klonen aus meiner DNA. Nein, ich warte auf dich. Ich weiß, wo du kommst. Ja, ich hab dein andere den. Ich hab Cocktail genommen. Ich hab Cocktail genommen. Ja, Bluffer. Was? Nix. Ich geh mal nach Hause. Was ist hier drin? Nein, 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 nein. Ich guck mal. Oh ja, leere Zimmer. Ja, oh ja. Das gefällt mir. Leere Zimmer. Ich hab dir noch ein paar freigelassen. Ja. Ich hab dir freigelassen. Ja. Ich hab dir freigelassen. Miner Fick. Hallo. Ja. Hallo. Schau mal. Wie unhöflich. Hier sind Sachen drin. Okay. Ja, die gehören jeder. Ja, hast du alles auf Kreative gemacht. Ja, hab ich gemerkt. Nein, nein. Das hab ich nicht auf Kreative gemacht. Ohlala. Ich hab sogar eine eigene Kampfarena. Komm mal mit gucken. Ich hol das, das und das. Was? Aua. Komm mal mit. Ich hab sogar meine eigene Kampfarena. Kampfarena. Ich hab mir ein Schwert genommen. Ey, ich kam doch dran. Komm mit. Chill doch mal. Komm mit. Ich schieße da daneben. Mhm. Brauchst du ein Diaschwert? Ich hab euer eigenes Schwert. Okay, dann bekommst du ein Diaschwert. Einige. Ist ja schön. Ein Diaschwert. Ein Diaschwert. Ein Diaschwert. Ein Diaschwert. Ein Diaschwert. Aber meins ist doch ein Aupen. Ja komm. Warte auf Adro irgendwas. Ich bin auf Drogen. Ein Pferd. Nein, nein, nein. Ein Messpferd lässt du schön in Ruhe. Ja, ist schon so. Ich mag Tiere. Außer vielleicht Schweinekühe und den Rest. Ich war ein bisschen komisch an. Oh ja. Kämpfen wir zusammen. Gegen irgendwelche Monster. Oh, es wird Nacht. Ja, wir kämpfen gegen die Monster. Mir ist kalt. Das Ding da. Ja, mein Bruder. Alex. Oh fuck. Mein Bruder, den lachst du. Das ist mein Bruder. Das ist mein Bro. Also stört dein Bruder. Oh fuck. Aua. Und ein Silberfisch. Boah. Der Silberfisch greift gar nicht viel mal. Aua. Der Silberfisch greift gar nicht viel mal. Aua. Aua. Es wirft auf mich mit Pfeilen. Aua. Ah, er ist tot. Aua. Ich hab noch etwas. Keine Sorge. Du musst viele von denen spawnen. Sonst wird es kein Ding sein für uns. Aua. Das ist ein Spinner. 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 Hilfe. Wenn du mich beißt. Ein Spinner. Wow. Ein Skettpferd. Ah, der ist süß. Der macht uns nichts. Aua. 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 Nein, er geht weg. Aua. Das macht ich nicht. Aua. Aua. Ich mach mit, warte mal. Das wird dein Ding sein. Aua. Aua. Du von hinten, ich von vorne. Aua. Wir sind ja pervers. Aua. Aua. Warte mal. Ich mach mal eine andere Perspektive. Warte, warte. Ich mach die auch, warte. Und jetzt. Aua. Aua. Ich seh nichts. Bitte, helfe. Meine Kapuze macht mir. Meine Kapuze steht mir den Weg. Aua. 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 Ich will schlagen. Aua. Ich schlag es. Aua. 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 Ja, du hast ihn angegriffen. Was, nein? Ah nein, er ist runtergefallen. Hahahaha. Bleib auf der Sreppe sitzen. Und jetzt, geh schlafen. Ich geh ins Keller. Ja, ich schlafe schon mal. Ich glaube, wir beenden diese Folge gleich, gell? Ja. Ja, ähm, ja. Okay, warte, dann müssen wir erstmal die Standardposition einhängen. Ich geh in mein Haus. Nein, nein, stell dich hinter mich, komm. Nein, warte, schnell, 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 schnell. Ich muss meinen Bruder spawnen. Schnell. Weil du ihn getötet hast. Hallo, hallo. So, komm zu mir schnell. Das war's mit der Folge, hoffe, es hat euch gefallen. Ach, nein. Abonniert mich, wenn du's nicht getan hast, lass einen Like da und haut rein. Ciao, ciao. Okay, bei mir geht's immer noch ab, okay? Nein. Äh, was macht mein Bruder da? Dein Bruder ist am sterben. Äh, äh, äh. Bro, was ist mit dir passiert? Er ist verreckt. Hi. Nein, du bleibst drin. Hi. Kannst du, dass er ein bisschen verreckt ist? Er ist mein Bruder. Er will mit mir kurz hören. Was? Was will? Oh mein Gott! Was hast du für einen Bruder, Alter? Mein großer Bruder. Nur ich bin gelb geworden. Echt? Ja. Und er scheißt einfach den Boden, aber egal. Kannst du ihn sehen, voll slimed. Mein 잠깐만. Das ist viel Erklärung. Töte ihn, Bruder? Wann ist der Bock? Ich schlafe heute bei dir, okay? Ja. Ach, Bruder, komm zu mir. Mach nur die Tür auf. Aber geh nicht rein. das war dafür dass du ihn geschlagen hast du kleine franz das geht es ist tot es ist zwar schon länger tot aber egal das ist sicher es ist groß geworden ist gestorben jetzt stört es sagt tschüss zu deinem fährt es ist schon gestorben alter nein er ist noch hier jetzt stirbt er die kammer der rüsten schnell es kam über die mauer ich lebe noch ich muss dir etwas sagen ich krieg dich jetzt ich muss noch diese folge beenden wenn du hochkommst springe ich runter ich will mit dir einen abschieben kasper holt kein schwert er holt ein fishing rod was ist das ist habel habel hua warte ich muss etwas essen bleib stehen warte stopp ok danke fürs zuschauen wir sehen uns das nächste mal was 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 und was 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 Bis zum nächsten Mal.